Hey Leute, heute habe ich das Thema Orbiter für euch. Ein Thema, was für Ex zurück vielleicht nicht ganz so relevant aussieht, aber wartet erstmal ab. Das Verstehen gehört irgendwie dazu und ob ihr jetzt datet, eure Ex verloren habt oder eure Beziehung aufrechterhalten wollt, Frauen zu verstehen schadet euch niemals. Es ist vielmehr so, dass Frauen wie Männer sich selbst meistens nicht so richtig verstehen. Also, jetzt denkt sich jeder Mensch, der noch nie über das Wort Orbiter gestolpert ist, erstmal, was will der Kerl von mir? Kurz und knapp erklärt. Das Wort kommt daher, dass in der Umlaufbahn oder eben anderes Wort dafür Orbit von Planeten haufenweise Kleinscheiß rumschwirrt, der durch die Anziehung des Planeten eben da gehalten wird. So die Analogie. Und das gleiche machen Frauen im Grunde auch. Durch ihre Anziehung, und die haben sie nun mal auf Kerle, fliegt in ihrem Orbit ein Haufen an, naja, für sie Kleinscheiß rum. Es wären keine Orbiter, wenn sie sie als gleichwertig ansehen würde. Denn wie bei Planeten bleiben nur Dinge im Orbit, die kleiner sind als sie. Das heißt nicht, dass sie nicht von Bedeutung für sie werden und damit in ihren Augen wachsen können, sondern nur, dass sie für den Moment für eine Beziehung keine Rolle spielen. In dem Fall handelt es sich um Männer, die ihr gratis Aufmerksamkeit schenken. Und Aufmerksamkeit tut nun mal einfach gut. Ob es ein kleines Kompliment an der Kaffeemaschine auf der Arbeit ist oder stundenlanges schreiben und jemand, bei dem sie sich ausheulen oder über jemand anderen lästern kann. Die Bestätigung, die Frauen daraus ziehen, die hat das Potenzial, sie unglaublich aufzubauen. Und da sie sich dafür nicht auf jemanden festlegen müssen und das alles so umsonst bekommen können, haben wir unserer heutigen Zeit zu verdanken. Social Media, MeToo, das Denken von einem Großteil der Männer, die Frauen nur noch hinterherrennen, sie auf dem Podest stellen und sich fragen, wieso ihre Anziehung dadurch Stück für Stück flöten geht. Das ist nun mal ein Fakt und es war nie einfacher für eine Frau, sich ihre Aufmerksamkeit durch Männer zu holen, die sie nicht wirklich ernst nimmt und die sie auf Abstand halten kann als heute. Und die Frage stellt sich gar nicht, was deren Motiv ist dabei. Ob das jetzt welche sind, die sich im Gegenzug Aufmerksamkeit erhoffen, selbst nicht von ihnen loskommen können, weil sie in ihrem Denken drin sind, dass die Frau ehrliches Interesse an ihnen hat oder sie einfach nur ein Spiel mit ihr spielen. Am Ende leidet nur einer darunter und das ist die Person, mit der die Frau zusammen ist oder die ernsthaftes Interesse an ihr hat. Übrigens, bevor mir jemand kommt mit, also meine Frau hat sowas gar nicht. Ich hab's euch eben erklärt, es ist einfach wie nie und ihr müsst das auch nicht mitbekommen, selbst wenn eure Frau die ach so treueste der Treuen ist. Ihr habt Interesse an der Person entwickelt, ja? Dann machen das andere auch. Aber es so wahrzunehmen und euch davon zu erzählen, das werden sie vielleicht einfach nicht. Die nehmen diese Person auch nicht als Gefahr für euch wahr. Das ist für Frauen, wie wenn ihr eine Topfpflanze auf den Klo gießt, uninteressant drüber zu reden und irgendwie Alltag. Und wenn sie verreckt, weil ihr es mal eine Weile vergessen habt, ja so what, dann wird eben eine neue Pflanze gekauft. So hoch ist deren Interesse normalerweise auch an Orbitern, wenn ihr alles richtig macht. Das Interesse und die Anziehung zu euch müsst ihr hochhalten und ihre Shit-Tests nicht immer versauen. Die Frau hat eben Kontakt zu anderen Menschen, ist euch treu, wenn ihr zusammen seid und geht nach ihren eigenen Prinzipien vor, die sie sich irgendwann mal abgesteckt hat. Die macht sich keinen Kopf drum, auch wenn sie sich jetzt über zusätzliche Aufmerksamkeit innerlich ein bisschen freut, wie es jeder normale Mensch eben auch tun würde. Wieso ist das jetzt also ein Thema? Weil das große Ganze zählt. Und ob ihr jetzt im Orbit von einer Frau gefangen seid, eure Frau euch für den Orbiter verlassen hat oder ihr euch auf dem Datingbad gegen viele andere Kerle durchsetzen müsst und nicht in ihrem Orbit landen wollt, ob ihr vielleicht eifersüchtig seid und wisst, dass eure Frau mit irgendwem auf Facebook schreibt, ob ihr denkt, das würde sie niemals tun, aber irgendjemand muss eure Aufmerksamkeit mal da drauf richten. Es betrifft uns irgendwie alle, ob Männer oder Frauen. Also, kurze Einführung wäre durch. Das ist eigentlich was, da könnte man einen dreistündigen Podcast drüber aufnehmen, aber ja, da Ex-Zurück und Kontaktsperre hier mein Hauptthema sind, fangen wir am besten auch damit an. Wenn ihr auf meinem Channel seid, gerade jetzt am Anfang mit noch nicht so vielen Videos gehe ich davon aus, eure Ex hat Schluss gemacht. Das kann viele Gründe haben, aber gerade am Ende eurer Beziehung wird vielleicht der ein oder andere Orbiter an Interesse und Einfluss gewonnen haben. Das muss nicht immer so sein, aber allein das Denken der Frau, mal ihren Marktwert zu checken, kann ihr dabei helfen, sich emotional von euch zu lösen. Nehmen wir mich als Beispiel. Das ging anderthalb Jahre hin und her, war teils Himmel, war teils Hölle. Aber anderthalb Jahre lang hat sie keinen anderen auch nur angesehen oder ernst genommen. Wir haben uns ab und zu sogar, als wir noch nicht genau wussten, was das zwischen uns ist, ihre Nachrichten auf Lovo angeschaut und uns drüber totgelacht, wie falsch sich manche Kerle eben einschätzen. Aber einen Monat vor der Trennung war meine Ex schon verzweifelt und unglücklich, ich aber in einer Situation festgefahren, in der ich dachte, er, die Alte spinnt doch, weshalb ich nicht weiter auf sie zugegangen bin. Na Freundin hat ihr einen Typen auf Facebook vorgestellt, sie meint, ich muss mir keine Sorgen machen, sie sind nur Freunde. Bei dem Satz solltet ihr theoretisch schon das Kotzen kriegen, aber gut, weiter. Sie wurde immer unnahbarer und ihre Gefühle waren angeblich auf einmal weg. Warum? Weil sie nach und nach die Aufmerksamkeit von ihm bekommen hat, die ich ihr aus Trotz nicht mehr gegeben hat. Immer mehr Zeit mit ihm und immer weniger, auch emotional, mit mir. Und sie war am Ende davon überzeugt, dass das Gras auf der anderen Seite grüner war und sie von ihm besser behandelt werden würde. Wer hier die Schuld dran hat, warum ich mich so verhalten habe, interessiert in dem Moment nicht. Nur die Gefühle, die die Frau in dem Moment hat. Ihr braucht auch nicht zu denken, dass irgendwas, was ihr jemals für sie getan habt, jetzt gerade noch was zählt. Der Prozess, dass sie es zugelassen hat, ist, was ihr verhindern müsst. Und in dem geht es nur um euch und euer Verhalten. Sie hat im Moment gedacht, weder was dazu geführt hatte, noch dass sie vielleicht selber das Problem sein könnte. Und nach und nach hat sie ihren Marktwert ansteigen sehen. Denn offensichtlich war das Interesse von mehr als einer Person da. Und Frauen sind so. Wenn sie den besseren Deal wittern, ist ihr Interesse geweckt. Wenn bei euch aber alles richtig läuft in der Beziehung, machen sie diesen Schritt vor die Tür erst gar nicht. Und wenn wir in so einem Moment eifersüchtig, beschuldigend oder einfach unsicher reagieren, dann schubsen wir sie von uns weg und quasi in die Arme von dem Neuen. Aber das alles ist ein Worst-Case-Szenario. Eigentlich will ich darauf raus, dass ihr euch um Orbiter keine Sorgen machen müsst, solange ihr euch verhaltet wie ein Mann, auf den Mann und vor allem sie sich verlassen kann. Je mehr Sorgen ihr euch macht, desto angebrachter ist es vielleicht auch. Aber das müsst ihr an euch ändern bzw. schauen, wo ihr ansetzen könnt. Klar wird es immer Frauen geben, die auf sowas schneller anspringen als andere. Aber in meinen Augen, wenn sie euch keine Gründe dafür gegeben hat, ist Eifersucht von eurer Seite aus, was das euch schwach erscheinen lässt. Was das eure Unsicherheit nach außen trägt. Und das will keine Frau sehen. Seid euch bewusst, dass es die Orbiter gibt, aber auch, dass sie euch nichts können, wenn ihr aus der Masse vorstecht und den Hypergaminpuls eurer Frau durchs Erreichen eures Potenzials einigermaßen befriedigen könnt. Was sollt ihr jetzt aber machen, wenn ihr im Orbit von einer Frau gefangen seid? Das würde nach der Erklärung bestimmt kein Mann der Welt zugeben wollen, aber gerade weil es so normal ist heutzutage, erkennen wir das teilweise schon selber nicht mehr. Fragt euch immer, ist es Interesse, dass ich an einer Frau zeige, auch das, was zurückkommt. Offensichtlich zurückkommt. Denn Frau fühlt meistens nicht, was Frau sagt, sondern was Frau tut. Ist euer Investment an Zeit, dass ihr in die Beziehung zu der Frau steckt, angemessen dem Ergebnis gegenüber? Alles Dinge, über die man sich erstmal selbst klar werden muss, die selbst immer am schwersten zu sehen sind. Auch da erkenne ich mich selber wieder, auch wenn das 15 Jahre her ist. Aber man merkt mit der Zeit einfach, ob das Interesse von einer Frau da ist oder eben nicht. Aber wenn nicht, kann es trotzdem verdammt schwer sein, loszulassen. Ich meine, wenn ihr euch mehr vorstellen könnt, ist jeder Moment, jedes Lächeln, jedes bisschen Aufmerksamkeit von ihrer Seite aus, das, was ihr euch wünscht. Lest euch mal ins Thema Breadcrumbing ein. Auch dazu kommt bestimmt noch was von mir. Ihr könnt so viel mehr mit eurer Zeit anfangen und auch wenn es euch vollkommen natürlich vorkommt und ihr es von klein auf so gelernt habt, das ist weder okay noch akzeptabel. Habt den Selbstrespekt, das einzufordern, was ihr euch wünscht. Und ist es nicht das, was die andere Person möchte, dann sucht euch eine, die es tut. Ablehnung ist was Positives. Zum einen erspart sie euch Zeit und emotionalen Schmerz und zum anderen zeigt sie euch, dass ihr alles getan habt, was in eurer Macht stand. Mal ganz davon abgesehen, dass es auch gern mal der Moment ist, in dem ihr euch umdreht und weitergehen wollt, in dem das Interesse an euch wieder steigt, weil ihr anders gehandelt habt als die normalen Leute. Gut, das alles ist ein bisschen länger geworden, aber ich hoffe, ich konnte es euch einigermaßen erklären. Stellt mir gern Fragen dazu in den Kommentaren. Ich bin Videoideen gegenüber gerne offen. Mir gehen langsam die Themen aus. Nein, tun sie noch lange nicht. Das ist schlimmer als bei Mario Barth. Hat vor zehn Jahren gesagt, er hat keine Themen mehr und dann kommt er jedes Jahr wieder mit einem. Genauso ist das hier auch. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.